So, da sind wir am Valentinstag 2019. Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten alle einen schönen Mittwoch. Ich habe ihn genossen. Es war ein Tag voller schöner Bewegungen an den Märkten. Und heute haben wir Donnerstag, den vierten Handelstag. Und wie ich gesagt habe, ja, für viele ein Tag der Liebe, der Valentinstag. Hoffentlich ein schöner Tag zusammen mit der Partnerin oder dem Partner von meiner Seite her. Erst einmal herzlich willkommen, Rolf. Guten Morgen. Hallo, Elena. Alle anderen Live-Zuschauer hier selbstredend auch einen wunderbaren Start in den Tag. Bevor wir in die heutigen Handelsdien reinblicken, der Risikohinweis, den bitte ich hier in Gänse auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Heute auf der Agenda drei Paare, nein, zwei Währungspaare, ein Index. Wir haben den britischen Fund, japanischen Yen, US-Dollar, Schweizer Franken und den britischen Aktienindex. Den Fuzi 100 mit interessanten Dingen hier im Chart. Steffen, guten Morgen. Das heißt, wir schauen jetzt gleich mal rein in die Charts. Aber vorher selbstredend die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Ich habe in der Morgenvorbereitung schon mal reingeschaut und jetzt kurz, bevor ich mich an den Rechner wieder herangesetzt habe. Wir haben ja bekommen um 8 Uhr das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Da habe ich auch noch mal in den Zahlen nachgeschaut. Olaf, guten Morgen. Da schrie mich an, Hilfe in Deutschland ist soll die Stagnation, weil das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal nicht gewachsen ist. Also wir hatten hier eine Zahl von plus minus null für das vierte Quartal im Bruttoinlandsprodukt. Und das ist, wie es ist. Jetzt müssen wir bloß noch mal kurz gucken. Das hatte ich heute Morgen noch nicht auf der Uhr, wie es mit China ausschaut. Da schauen wir uns gleich mal an. Ich ziehe mal eben hier den Wirtschaftskalender runter, wo ich die morgendlichen Nachrichten auch immer mitchecke. Und da gucken wir einfach mal, was wir heute noch haben, bevor wir zu dem Rest am Nachmittag kommen. China hat heute Nacht einige Zahlen gebracht. Und das ist ja immer interessant aus aktueller Sicht auch zum Thema Handelsstreit zu sehen. Und zum Thema Handelsstreit gab es ja auch ein paar Informationen von Donald Trump bzw. seinem Beraterstab gestern, wo es anscheinend gute Nachrichten in Richtung Handelsstreit von China gab. Das hat die Märkte ja auch beflügelt. Also von der Seite her gute Nachrichten aus dem Sinne. Schauen wir doch mal, was hier in China heute Nacht an Nachrichten kam. Da gab es die Informationen hier zu den Exporten, den Importen. Und wir sehen hier, die Exporte sind deutlich gewachsen. Die Importe sind etwas, nein, auch deutlich weniger zurückgegangen als erwartet. Das ist ja auch eine schöne Überraschung. Das heißt hier in meinen Augen, die negativen Auswirkungen treffen hier so nicht unbedingt ein. Und die Handelsbilanz ist auch besser als erwartet. Also das mal aus China hier die aktuellen Nachrichten in diesem Bezug. Und wir blicken dann gleich mal noch weiter. Arnat, good morning from my side. Wir blicken noch weiter auf das, was heute auf uns wartet. Wir bekommen hier um 11 Uhr aus der Eurozone, hier unten haben wir es in der Richtung 2, noch das Bruttoinlandsprodukt, wo wir gerade bei dem Bruttoinlandsprodukt von Deutschland gewesen sind. Also da kommen noch ein paar Nachrichten hier dazu. Was gibt es noch? Wichtige Sachen am Nachmittag um 14.30 Uhr aus den USA. Das Thema der Einzelhandelsumsätze hier in der größten Volkswirtschaft der Welt. Also auch das eine wichtige Quote. Wir sehen hier auch die Prognosen. So richtig groß euphorisch sind sie nicht. Mal gucken, vielleicht gibt es ja eine positive Überraschung von der Seite her. Auf alle Fälle wichtig für den Nachmittag auch in den USA noch. Es gibt noch den Erzeugerpreisindex. Und vom Arbeitsmarkt her die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ich denke mal von der Seite her wird es keine böse Überraschung geben. Was gibt es noch? Es gibt mal wieder eine Rede von einem FOMC-Mitglied aus den USA. Das also zu einigen Nachrichten vom heutigen Handelstag. Und damit gehen wir gleich rein in die Charts. Und ich möchte auch... Ihr habt keinen Ton. Ah, ich habe gerade die Nachricht bekommen. Entschuldigt für die Unterbrechung. Ich habe gerade die Nachricht bekommen. Über GoToWebinar gab es gerade keinen Ton. Danke für den Hinweis. Das sehe ich natürlich nicht. Warum das nicht geht. Das Mikro ist immer an. Es schlägt hier auch aus. Manchmal ist die Zusammenarbeit mit der Hardware bzw. Software wahrscheinlich nicht direkt durch. Aber Elena sagt gerade, war nicht live. Gut, passt in Ordnung. Gut, dann sollte hier alles passen. Und wir haben jetzt an dieser Stelle den Blick in die Märkte hinein. Alle diejenigen, die jetzt auf GoToWebinar keinen Ton hatten, bitte ich das kurz zu entschuldigen. Wir hatten gerade gesprochen über die entsprechenden Nachrichten, die wir heute im Laufe des Tages auch mit hatten. So, Lüttger, auch dir einen schönen guten Morgen. Wir blicken jetzt in die Handelsideen für den heutigen Tag. Ich habe es gesagt, britisches Fund, japanisches Yen, US-Dollar, Kandala und Fuzi 100. Gucken wir gleich mal rein in die Charts hier an dieser Stelle. Da ziehe ich gleich mal noch das Marktfenster mit nach unten, damit wir hier auch schnell wechseln können. Wir haben gerade hier den britischen Index auf der Uhr. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich einmal damit an. Und zwar direkt rein hier in die aktuelle Verortung. Sie sehen hier, wo wir stehen. Wenn wir mal das große Bild hier übergeordnet nehmen, dann sehen wir ganz klar, hier oben drin ist eine Marke über den Daumen um den Bereich von 7200 Punkten. Die ist eine Hausnummer, das ist ein Widerstandsbereich. Wir hatten hier das Korrekturhoch, das letzte Liegen. Hier haben wir sehr nahe auch ein Ausbruchslevel gehabt, wo sich diese Bewegung nach unten hin fortgesetzt hat. Hier haben wir sehr schön untergeordnet gesehen, den Bewegungstrend. Da hatten wir ja schon gute Nachricht, das haben wir auch miteinander besprochen. Der Bewegungstrend ist hier drüben gebrochen worden und hier war ja dann die Trendentstehung nach oben hin. Also von der Seite her alles schön gelaufen, wie man das erwarten kann. Und nun ist diese weite Bewegung, wir hatten es vor ein paar Tagen besprochen, hier kurzfristiges Short-Up-Setup gab es hier oben in diesem Bereich. Das konnte fürs kurzfristige gut gehandelt werden. Jetzt drehen wir wieder rum. Wir hatten hier schön diesen Umkehrstab, danach hat sich der Aufwärtstrend in der Stunde wieder etabliert in Richtung des Tages. Hier in Richtung dieses blauen Aufwärtstrends des Tages. Gestern sind wir drüber gelookt, mal über diese Marke. Und auch das erste Mal schon hier oben drüber, über dieses Korrekturhoch. Heißt also aus technischer Sicht, der Markt, der Wilderhoch, der hat es gestern schon mal anprobiert. Und jetzt ist es natürlich extrem spannend zu sehen, was passiert. Zwei Sachen können geschehen. Die eine Sache mit Blick nach unten, kurzfristig könnte es möglicherweise zu einem Rücksetzer kommen. Da müssen wir im kleinen Bereich selbstredend ein paar Tagestiefs im Blick behalten. Da haben wir hier die Vortagestiefs um die Marke von 7144 und 7106. Beziehungsweise dann hier das aktuelle Trend tief bei 7063 Punkten. Da sollte es nicht runterlaufen, sonst ist dieses schöne Bild hier wieder kaputt. Das wollen wir nicht. Wir blicken jetzt hier optimistisch in die Zukunft nach oben hin. Nach oben hin heißt das, wenn wir uns das Ganze hier nach oben fortsetzen. Das heißt, wenn sich der Stundentrend nach oben hin weiter bewegt und nachträglich, wollte ich schon sagen, grundsätzlich über diese Marke von 7200 Punkten läuft, dann haben wir hier sehr, sehr viel Potenzial. Dann können wir im kurzfristigen Bereich erstmal einfach diese Bewegung weiter traden, um hier ein bisschen was rauszuziehen. Mittelfristig haben wir dann selbstredend das Potenzial für ordentliche Kurssteigerungen hier oben rein in diesem Bereich. Da muss ich mal kurz die Farbe ändern. Da haben wir natürlich dann mittelfristig den nächsten Anlaufpunkt. Heißt also hier an dieser Stelle hier oben, ich klemm da gleich mal noch eine Preismarke dran, um die Punktemarke von circa, naja, was haben wir hier, 7550 Punkte, da ist nach oben hin dann Luft, weil da gab es hier nicht wirklich viel Trendförmiges. Man kann hier den Stundentrend mal noch anschauen, aber wir haben hier nichts, was große Widerstandslevel gibt und das ist sehr, sehr positiv. Das ist auch für die berufstätigen Trader hier unter Ihnen, unter euch sehr, sehr schön, weil das kann man im Swing mit begleiten, beziehungsweise die kurzfristigen Händler, die gehen das Ganze einfach über den Stundentrend an und wenn der Stundentrend dann bricht, gut, dann fängt eine Korrektur an. Aber wir wissen ja, wenn hier wirklich Stärke reinkommt und das ist das, was der Markt offensichtlich in einigen Indizes momentan macht, dann kann es hier schon einen schönen Schub nach oben geben und das ist ja genau das, was wir Händler hier wollen. Das heißt mit Blick in die Stunde, da sehen wir schön den Aufwärtstrend auch laufen. Wir sind hier unten schon wieder rausgekommen und das ist das, was wir haben, schön den Aufwärtsmarkt hier. Das kann man schön aus den kleinen Zeiteinheiten dann in die Stunde traden, weil man weiß, die Stunde läuft schon in den Tag hinein und solange wie das alles weiterläuft, kann man das schön, gut und gerne nutzen, auch im kurzen Bereich. Also an dieser Stelle der UK100, das heißt der Fuzzi 100 und ich möchte mal ganz, ganz kurz noch einen kleinen Ausflug machen, um mal zu zeigen, weshalb das so wichtig ist, solche Sachen, wie wir die hier besprechen, auch auf der Uhr zu haben und das Ganze umzusetzen. Da gehen wir mal eine ähnliche Situation an, die wir vor kurzem im australischen Aktienindex haben. Schaut euch das mal an. Wir hatten den australischen Index vor kurzem hier unten besprochen. Schaut es euch an, hier wo ich das grüne Kreuzchen gemacht habe. Da haben wir gesagt, der Markt läuft hier so langsam hoch. Wir hatten das Support Level hier unten drinnen und wir haben gesehen, der nimmt hier immer die Stärke auf. Das heißt vom Thema Aufwärtstrend war alles in Ordnung, klassische korrektive Phase. Und dann standen wir dort, wo wir jetzt ähnlicherweise vom Bild her im Fuzzi 100 stehen. Und dann guckt euch mal an, was hier passiert. Das ist das, was der Markt momentan spielt. Das ist interessant. Das können wir auf der Uhr haben, weil da lauert momentan einfach das Geld. Da können wir gutes Geld verdienen. Dann einfach an den richtigen Stellen in den Markt reingehen und das Ganze traden. Und das ist das Bild. Das technische Bild, was wir hier haben, ist ähnlich wie das Bild, was wir hier im britischen Index haben. Von dieser Seite hier, von diesem Widerstand hier. Und damit haben wir Chancen, ordentlich auch nach oben mitzulaufen. Das ist es und das wollen wir traden und das können wir auch sehr, sehr schön im eigenen Portfolio umsetzen. Deswegen blicken wir hier jeden Morgen in die Märkte rein. So, dann gehen wir mal ins nächste Währungspaar rein und zwar US-Dollar, Schweizer Franken. Nehme ich mir gleich mal rein. Da blicken wir jetzt erst einmal in den Wochenchart. Ich hoffe, das ist nicht langweilig für Sie, wenn wir hier mal in die Woche gucken. Aber ich möchte die Woche mit Absicht mal als Grundlage nehmen, damit wir dann gucken können, was im Tag los ist. Weshalb mache ich das? Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier einen Wochentrend mit riesigen Bewegungen. Ja, das ist Wahnsinn. Aber was ich hiermit einfach sagen möchte, ist, die Woche trendet momentan sehr, sehr, sehr schön nach oben. Wir haben hier Bewegungen, wir haben Korrekturen hier. Die Korrekturen nach unten gelaufen, die Bewegungen laufen schön nach oben. Und die Bewegungen sehen wir sehr, sehr schön im Tagesschat. Und wir sehen auch diese schönen dynamischen Bewegungen nach oben raus. Oben raus kam jetzt nicht viel. Aber wir sind jetzt hier in einer Situation in einem weiten Band an Widerstand, wo wir schon mal oben reingelaufen sind. Hier drüben haben wir eine Korrekturhoch aus dem alten Trend auch noch mit rausgenommen um die Marke von 1,01. Da sind wir drüber gelupft, dann kam die Korrektur. Jetzt sind wir zum zweiten Mal dort drin. Und wenn wir hier die Chance bekommen, das Ganze oben rauszunehmen, dann haben wir mit Blick nach oben in der Woche den nächsten Anlaufpunkt gar nicht so weit weg. Das ist hier drüben die Marke von 1,017. Das ist also in greifbarer Nähe, wenn man sich diese Wege mal anguckt. Das ist der eine Punkt nach oben, das Positive. Der zweite ist, wenn es hier zu einem Abprall kommen sollte, dann sehen wir halt auch einiges am Potenzial nach unten. Und deswegen blicken wir hier mal von der Woche jetzt in den Tag hinein, weil im Tag haben wir einen sehr, sehr schön laufenden Aufwärtstrend. Ich wollte nur mal schauen mit Ihnen gemeinsam, wo die Verortung des Tages momentan in der Woche ist. Und da sehen wir halt hier oben dieses wichtige Widerstandsband. Hier aktuell sehen wir den Tag auf einer relativ weiten Bewegung. Hier gab es untergeordnet mal noch einen kleinen Knixer unten rein, aber nichtsdestotrotz, egal ob von diesem kleinen Knixer ausgesehen oder von hier unten ausgesehen, rum wie numm, es ist eine weite Bewegung. Und das ist für kurzfristige Trader ideal bzw. interessant zu besprechen, weil hier könnte es unter Umständen entweder zu einer Korrektur kommen. Da braucht man selbstredend die Tagestiefs, die man sich hier mit anblicken kann. Das heißt hier das Tagestief von gestern, wo haben wir es stehen, bei der Marke von 1,00435 bzw. hier dann das Tagestief von vorgestern bei 1,0035. Das ist das, was wir hier nachher dann auch da haben, nach unten hin. Und das ist interessant zu sehen. Und was noch interessant ist, dass der Markt hier anscheinend so ein Stückchen weit hoch will. Also dieses Muster ist bei weitem noch nicht ausgebildet, da wo es hin soll. Aber wir haben momentan einfach diese Verortung hier oben und da kommt es jetzt wieder darauf an, wer hier was traden möchte im kleinen Bereich. Wenn wir uns das zum Beispiel mal in der Stunde anschauen, da sehen wir hier oben, dass der Markt hier jetzt nicht so richtig raus wollte. So wenn es jetzt hier beispielsweise einen Mehrfachtop gibt und wir hier auf der Stunde eine Gegenbewegung nach unten sehen, das könnte dann für eine kurzfristige Abprallstrategie gut und gerne genutzt werden, nach unten hin. Und wenn das Ganze dann durchläuft, dann können wir möglicherweise halt auch die Tagestiefs anlaufen. Und da ist einiges an Potenzial da, wenn man das Ganze hier oben sieht. So ähnlich wie ich das neulich beim britischen Aktienindex auch besprochen hatte, wo man einfach ein Stückchen weit nach unten getradet hat aus einem Widerstandslevel heraus. Wohlwissend, das war gegen den übergeordneten Trend. Heißt also hier klassischer Korrekturhandel. Dann, wenn es wieder nach oben geht, haben wir definitiv die Verortung hier im Tagesschart. Dann läuft das ganze Spiel weiter. Wie schon gesagt, korrektive Phase ist auf alle Fälle da. Der Tagestrend kann hier ohne weiteres etwas nach unten korrigieren. Wie schon gesagt, hier die Tagestiefs, die anliegen, beziehungsweise hier das Ausbruchslevel um die Marke von 0,99,8. Das wären mal Anlaufpunkte, wo diese Korrektur ohne weiteres auch mit reinlaufen könnte, ohne diesen Schub hier massiv kaputt zu machen, beziehungsweise dieses positive Bild zu zerstören. Ansonsten, wenn die Stärke wirklich drinnen bleibt, ist das ein gutes Zeichen, dass wir als nächstes hier rüberlaufen auf dieses Hoch bei 1,01282. Das ist das Top, was wir hier in diesem Bereich momentan auch mit haben. Das also hier an dieser Stelle damit zu sehen und damit rein ins dritte Währungspaar, und zwar den britischen Fund, japanisches Yen. Auch hier wieder Blick in den Tagesschart hinein. Hier sehen wir eine interessante Konstellation momentan. Wir haben, ich blicke noch mal ganz kurz mit allen zusammen in den Wochenschart, wir haben in der Woche übergeordnet definitiv ein Abwärtsbild. Wir hatten hier im Januar diesen starken Spike nach unten, der mittlerweile weit zurückgelaufen ist. Also das, was wir jetzt sehen, wenn wir das, was wir hier mal haben, einordnen in den Verlauf der Woche, ist das einfach eine tief gelaufene Korrektur in der Woche. Punkt. So, jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß im Tagesschart an. Im Tagesschart haben wir selbstredend hier einen Aufwärtstrend. Der ist absolut intakt, der ist momentan in einer tiefen Korrektur. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie sich der Markt hier weiter verhält. Mit Blick auf diesen Trend, was kann passieren? Ganz klar, wir können hier möglicherweise davon ausgehen, dass dieser Trend sich fortsetzt. Wenn das passiert, dann könnte das kommen. Bruch dieses Aufwärtstrends. Und das wäre dann die Bestätigung des Umkehrsignals auf Wochenbasis. Fortsetzung nach unten. Die Woche setzt sich nach unten hinfort. Wenn wir hier tatsächlich unter dieser Marke von 140,625 runterlaufen. Das ist das Korrektur. Setzt sich das Ganze nach unten weg? Ist der nächste Punkt hier die 137, beziehungsweise hier unten dann die 132. Grob hier in diesem Bereich. Ich habe es eingezeichnet. Das sind Marken, die wir hier als Anlaufpunkte dann haben, wenn sich die Bewegung auf Wochenbasis nach unten fortsetzt. Wenn das aber nicht so kommt, sondern der Markt hier möglicherweise im kleinen Bereich wieder anfängt rumzudrehen, nach oben zu trenden, dann haben wir eine Chance wieder in Richtung dieses grünen Aufwärtstrends zu laufen, das hier kaputt zu machen, das heißt diesen Abwärtstrend zu beenden, die korrektive Phase und dann selbstredend weiter nach oben zu laufen. Wie schon gesagt, von der Seite her, von der Warte her ausgesehen, nächster Anlaufpunkt nach oben hin. Hier dieses Peak bei 144,172. Das ist das aktuelle Korrekturhoch im laufenden Abwärtstrend, beziehungsweise dann das Trendhoch bei 144,840. Wenn das gewuppt wird, ist der nächste Widerstand aus diesem Trendverlauf nach unten hier um die Marke von 145,8 zu sehen. Das also hier nach oben hin. Müssen wir nur warten, was der Markt macht. Wie schon gesagt, wenn es hier erste Tendenzen gibt, dass der Markt weiter rumdreht, dann ist es klug, sich jetzt aktuell an den laufenden Trend hier zu halten. Das bedeutet, wenn man diesen Abwärtstrend hier mal nimmt und sich sagt, ich möchte innerhalb dieses Abwärtstrends einen Trade machen, dann muss man einfach nur schauen, dass die Stunde rumdreht. Das heißt, wenn wir uns den Stundentrend hier mal anschauen in der aktuellen Verordnung, da haben wir schon genau das Bild, was ich damit angedeutet habe. Schaut mal, wir hatten hier das Korrektur-Tief hier unten liegen und danach hatten wir noch mal eine Bewegung, die ein neues Hoch gemacht hat, ist hier oben reingelaufen. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier einen Markt gehabt, der ist technisch mal drunter gelookt, macht jetzt korrektive Phase und wenn wir jetzt das Ganze nach unten laufen sehen, dann haben wir nicht nur den gebrochenen Abwärtstrend, sondern einen validen, äh dem gebrochenen Aufwärtsschub hier, sondern hier erst einmal ein valides Stück nach unten und das könnte dann mit Bezug auf diesen Gesamtkontext, auf diesen Gesamtschwung hier nach oben dazu führen, dass wir erstmal noch ein ganzes Stückchen weiter runterlaufen. Anlaufpunkte im kurzfristigen Bereich sind jetzt hier vorhanden, wo die grüne Linie auch liegt, beziehungsweise das Zwischenhoch. Möglicherweise kommt da Potenzial und wenn der Markt weiter nach unten sich richtet, dann wissen wir ja, was dann kommt. Dann kommt der Blick in den Tag, beziehungsweise die Woche und damit geht das Ganze dann ineinander in die Short-Richtung einher. Das also hier im britischen Fund japanischen Nieren. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in die Chats, ob wir noch Fragen haben. Fragen haben wir momentan keine, heißt also an dieser Stelle ganz lieben Dank für die Zeit wieder heute Morgen, wieder einiges Schönes an Bewegung und auch da morgen Freitag, da sprechen wir wie immer über die klassischen Handelsideen. Wir machen den Nachrichtencheck für die Folgewoche, was heißt wir schauen dort, was wichtige Nachrichten in der kommenden Woche sind und im edukativen Part nehmen wir uns mal wieder dem Spezialthema an, was ich zum Jahresabschluss schon gehabt habe. Da hatte ich ja über den DAX und über den S&P 500 gesprochen und habe einfach gesagt, so könnte möglicherweise der Jahresstart auch kommen. Und wir machen hier morgen mal den Check, wo wir da aktuell stehen, was wir weiter auch erwarten können, das dann ganz in aller Ruhe morgen mal in etwas weiteren Ausführungen. An der Stelle ganz lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mike Seidel. Ciao, ciao.